Fuck you. Fuck you. Ich bin so gut wie tot. Doch nicht. Jetzt nicht mehr. Gut, ich hab ne Angst. Und weiter. Alle hopp. Äh, das will ich eigentlich gar nicht, was ich hier grad mach. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Das ist ja mein Problem. Bringen sie die jetzt gegenseitig um, oder was? Fuck you. Das fetzt ordentlich rein, ja. Muss ich schon sagen. Okay, da waren wir gerade. Axt benutzen. So. Na dann würde ich mal sagen. Wir betätigen den Aufzug. Benutzen hier mal die Axt. Und fahren dann mit dem Aufzug. Puh, also. Jetzt haben wir schon viele brenzlige Situationen gehabt. Aber gut, die Axt ist insofern nicht schlecht gegen eine Gegner. Zuerst Elektroschocken und damit der Axt hinhauen. Somit ist es ein One-Shot eigentlich. Somit habe ich auch Zeit, ne. Weil die Axt braucht ja doch relativ lang, dass ich die geschwungen habe. Was ist denn da? Was ist denn da? Ein halbtoter Vogel, den ich eingesammelt habe. Auch nicht schlecht. Okay, da kann ich sowieso wahrscheinlich nicht weiter. Nö. Gut. One-Way-Ticket to Hell. Dann mach so'n Scheiß nicht mit mir. Hm, Erste Hilfe. Gut zu wissen. Boah, alter! Fick dich! Uff. Weil er wirklich hinter jeden, hinter jeden Eck irgendein Scheiß-Typ sein kann. Oh, okay. Oh! 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 Darf ich jetzt aber nichts verschießen? Alter fick dich! Alter fick dich! Wieviel Schuss? 5 ganze Schüsse! Feiere! Ich feiere das gerade! 5 ganze Schüsse! So! Erste Hilfe! Dankeschön! Also mit 5 ganzen Schüssen Freunde! Hmmmm Da werden wir jede Menge Spaß haben damit! Das weiß ich jetzt schon! So! Dann würde ich mal sagen Wir schauen uns hier weiter um Achso die Kaliber Ja die ist aber leer Ich finde es halt nur Ist das ein Ist das ein Patrona? Achso ist das ein Pepsi-Cola da oben? Da oben geht doch jemand Ich schau jetzt erst zu den Damen Ich schau jetzt erst zu den Damen Hä? Ich will da durch Schade geht nicht Ich finde es nur schade Dass man sich hier nicht ducken kann Und dass man hier durchgehen kann Oh! Vogel! Mal Zeit! Fehlt uns eigentlich noch ein Vogel in dem Kapitel So! Ja genau das habe ich jetzt gefürchtet Dass das jetzt wieder kommen wird Aber das ist wurscht Weil ich will hier weiter schauen Okay hier gibt es nichts So! Die Spur geht hier weiter Hallo! 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 Ich glaube ich habe jetzt die halbete Nachbarschaft aufgeweckt Heilige Scheiße Oh mein Herz bumpt gerade aber aufs Ärgste Beste Deppert Was? Ah sind das unsere Fähigkeiten? Was? Okay Von dem hier Keine Ahnung warum Weshalb wir sind Ja ich bleibe hier dran Ich trinke dann schnell was und Oh! Ob ich so teuer Ich habe mich noch immer nicht von dem Schrecken holen Mit Leichtigkeit schiebt er diese Diesen Kasten weg Genau Auch nicht schlecht Naja gut Puh Punktspeichern Oh 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 Alter Meine Zukunft Also meine Visionen Okay da ist das Entwicklungsstudio Da kann ich aufmachen Ich wich Werden Oh Ich freue mich Wir müssen in diesem Fall bald einen Verlust bekommen. Es hat ein bisschen schlechter Glück gehabt. Schaut es? Dieser Bild ist besser. Es ist ein Modell zu dem, was du vorhin gefunden hast. Aber ich habe nichts auf dem File. Lokale Polizei, FBI, NSA-Patriot-Database, Interpol, kein Rekord. Ich werde trotzdem schauen. Nun gut, jetzt haben wir einen ersten Fingerabdruck und eine erste heiße Spur. Das Problem ist aber allerdings, das ist unsere Wohnung hier drüben. Und wir wurden von diesem kranken Typen hier, keine Ahnung wer das ist und was es ist, beschattet. Und hier sehen wir Negativfotos von uns. Hier zum Beispiel. Das ist insofern uncool. Weil der Typ uns wahrscheinlich irgendwas... Naja, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich unterjubeln will. Beziehungsweise in die Schuhe... Hä? Schieben will. Wieso bin ich... Wieso... Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Hallo? Sagst du mir das? Hm. Na gut. Keine Ahnung. Was war das jetzt? Achso. Bolzenbrett. Brauch ich nicht. Ich hab ne... Schroti! Schroti ist besser. Ja. Gehen wir halt mal wieder zurück. Wenn ich hier nicht raus kann. Hier komme ich auch nicht raus. Hier komme ich hier raus. Oh. Hm. Rätsel. Ich komme nämlich gar nichts von mir raus oder was? Hm. Was muss ich denn hier machen? Ah. Okay. Und was? Was soll ich hier fotografieren? Ah. Die Fotos. Okay. Ja. Ja. Processing Image. Interessant. Initial Scan indicates 18 newspaper clippings. 11 from our own evening edition. 7 from nearby community papers. All with the same name. Serial Killers. Most of them different. But all of them are cases you've worked on. Some have markings in a black felt tip pen. Still running frequency analysis on the markings to see if we can guess what they mean. 2 from somewhere. Also 3 from somewhere in a black effort. 7 from now. 8 from now. 2 from now. 3 from now. 2 from now. 3 from now. 4 from now. Der schon wieder. Finden sie den Verdächtigen. Ich möchte nicht gern wissen, was der zum Mittag gegessen hat. Oder zum Abendessen. Oder keine Ahnung, wann auch immer. Hm, na ja. Jetzt ist es natürlich blöd. Wie elegant, der drüber steckt. Punkt speichern. Jetzt ist es natürlich insofern blöd. Weil. Nicht, weil wir den Verdächtigen suchen müssen. Sondern, weil er anscheinend an uns interessiert ist. Also er hat 18 Zeitungsartikel, wie ihr gerade unten lesen habt es können, gesammelt. Über unsere Ermittlungen. Und hat auch etwas eingeringelt etc. Vielleicht ist es ja... Oh, da ist der letzte Vogel.